Sind Sie die Frau von Babak Passa? Ja. Uns ist ein Irrtum unterlaufen, das tut uns sehr leid. Es ist uns klar, dass nichts den Ehemann und Vater ersetzen kann, aber sicher ist, dass es Gottes Wille war. Der Arme ist von uns gegangen. Du musst stark sein. Dieses Kind hat niemanden außer dir. Guten Tag. Ich bin Reza, ein Freund Ihres Mannes. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich ihm noch Geld schulde. Manchmal denke ich, dass es einen Gott gibt, der uns ohne Grund jemanden schickt, der uns hilft. Vielleicht gibt es ja einen Grund. Ich möchte eine Unschuldsanzeige veröffentlichen. Sie können beim obersten Gerichtshof Widerspruch einlegen, aber das halte ich für Zeitverschwendung. Ich wusste nicht, dass er unschuldig ist. Ich versuche, seiner Frau und seinem Kind zu helfen. Alle Richter haben das gleiche Urteil gefällt. Es muss Gottes Wille gewesen sein. Es gibt keine Fehler im Heiligen Koran. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Bitta und ich sind so froh, dass du hier bist. Denken Sie, dass man ein solches Fehlurteil mit Geld entschädigen kann? Sie haben ein falsches Urteil gefällt und sind nicht bereit, mit mir zu reden. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.